jo leute was in der page willkommen zu meinem kanal leute wir machen heute ein interview video mit leuten und so und erst haben wir schon mal hier war der nabe und ja wir fangen jetzt mal an also der ist war dann ja noch mal und wie alt bist du 16 hast deine freundin und ja wie alt bist du 16 hast du ein freundin 9 dürfen deine nummer einbilden nein also willst aber eine freundin ja wie soll die so aussehen so für dich kann ich kann ich hier nicht sagen ich weiß nicht wie sollte so ein mädchen für dich so aussehen ja noch mal kurz eine frage wie viel ist ein outfit wert 50 100 und ist 800 diese kette 800 also okay ich weiß nicht 800 dann haben wir 900 dann sein und hause 40 1040 940 940 940 1040 1060 1060 und war hast du noch was anderes an so unter 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 deinem unter den jungs ja meine bauchhaare wie wir kosten die fünf euro und ja jetzt und ja mit dem video wir gehen jetzt zu einem rapper der ist er denn schon mal ja eingeblendet ja heide und ja wir haben ja ganz was vergessen wir sind so ehrenlos ich will kommen her was dein insta name kannst du einblenden brauchst du nicht zu sagen sag hast du vergessen ja es war die gm hier eingeblendet ja und ja und ja das kommt als leute die sind gerade da nicht in diesem film deswegen wollen die gar nicht wie schwer die wollen nicht auf video sein egal wie fang zu jemand anderen und ja jetzt sind wir bei dem anderen wir haben alles zusammen gerechnet das hat schon 100.000 jahren angebaut egal mit handy zusammen hat seine 980 gekostet ohne handy 280 glaube ich und ja da hat mal der emilio geboren glaube ich ja der 1800 oder so mit minus handy 800 also ja aber aber egal also nächstes mal die haben gesagt komm nächstes mal ja die kaufen dann so ein jack oder so haben die gesagt dann werden die jeden hobs nehmen und es ist egal wie fragen jetzt ja nichts wo ja und und wir fragen kurz noch paar andere fragen idioten test fragen hat die bock auf idioten testen idioten ist doch okay was ist fünf fünf plus fünf mal fünf was fünf plus fünf mal fünf fünf plus fünf mal fünf fünf ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß wieso punkt für streich bonner also als erst mal fünf mal Guck, 5 mal 5, guck, 5 mal 5, 25, plus 5, 30. Weiß, oder? Egal, also Athanas hat ja aber idiotisch gewonnen und ist idiotisch, was? Und jetzt noch eine, sag mal, sag mal 10 mal weiß. Sag weiß, weiß. Sag 10 mal weiß. Sag 10 mal weiß. Weiß, 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 weiß. Okay, und ihr, was trinkt die Kuh? Wasser. Egal, hey, warte. Ey, man muss Milch nach irgendeinem Ogo. Was sagst du? Milch? Da, guck mal was hin. Trinkt die Milch? Ja, guck mal, Leute. Der ist immer, guck mal, hast du ein Pro-Gamer, egal. Der hat, der hat Top-Sklang, Bruder. Egal, hast du Biene im Kopf? Und du bist, Bruder? Egal, guck, guck kurz hin. Also ja, der hat Milch gesagt, der hat was er gesagt. Und da hat ja immer Emile recht und du bist Idiot. Ich weiß. Was, Bruder? Und jetzt, warte, komm kurz, welche Schule gehst du? An eine? Oder ich geh, ähm, diese Sonderschule irgendwo in diese Faceback. Aber was, nein, ich gesandt auf ein Real. Sandt auf ein Real? Ich geh gleich ran, okay, mach weiter, mach weiter. Egal, also, satt auf ein Real, äh, welche Klasse? Fünfzehnte, aber was, nein, siebte, Bruder? Du? Ich? Waldschule. Waldschule, welch klasse? Ich wär eingeschleunter. Ich hab wiederholst, ich bin nachher. Alla Telefon. Ey. Okay, dann egal, wir machen dann wieder weiter. Ja, Leute, wir sind jetzt gerade in den nächsten Tag und ja, lieber mir ist der Fabian. Ja, wie alt bist du? Zwölf. Hast du eine Freundin? Ja. Hm, wie heißt sie? Chiara. Au, 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 au. Nein, nicht diese Geri-Sekale. Egal, äh, wir fragen mal direkt ein Outfit-Wert, ja. Wie viel hat dein Pullover gekostet? Siebzig. Übertreib mehr? Okay, siebzig deine Hose. Zehn. Blumenau-Hose, zehn? Ja, ja. Also, das ist ein Verein-Hose, Blumenau-Hose, und ja. Zehn, dann haben wir schon mal 80. Und, ähm, dein Schuh, das Fußball-Schuh? Zwanzig. Ja. Okay, dann haben wir mal 100. Und deine Unterhose? Doch, von Tommy. Brauchst du die Unterhose? Ja. Von Tommy Hilfiger, 30 Euro ungefähr. 130, nein, Socken? Die, im Pack, äh, Nike-Socken, 10 Euro. Oh, 10 Euro, also 140 haben wir. Hast du noch unter deinem Pullover noch was an? Ja, dieses Kieselviel. Wie viel hat das gekostet? Es hat ungefähr 30 auch. Dann haben wir 170. Ja. 170. Und hast du noch was anderes an? Nein. A-Bahn, Kette, Uhr, irgendwas? Nein, nix. Hast du dein Handy dabei? Nein, nix. Und, okay, dann, fertig. Der, der kommt mit 170 Hinterkamera, Baranabe, von gestern. Egal, jetzt. Egal. Fabian, komm mal. Hast du ein, hast du Insta, TikTok oder irgendwas? Ja, TikTok. Komm mal. Komm, wir machen. Egal, komm. Äh, wie heißt du auf TikTok? Fabi, 3468, hier eingeblendet. Und ja, weiter mit dem Video. Geld, oder? Als gestern. Dort ist gestern 1.000. Und ja, Leute, wir sind wieder bei dem Gleichen von gestern. Baranabe, der hat jetzt neue Sachen anhanden. Wir fragen wieder, was dein Outfit wird und so. Der hatte gestern, glaube ich, 1.090 oder so, 8.080, weiß ich mehr. Egal. Und jetzt, wie viel hat dein, also, wie viel hat dein Anzug gekostet? Ich weiß nicht, ich glaube, 200. 200, direkt 200. Und, 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 Champion. Champion, 30, 40. 240, 240, dein Schuh, 100. 100. Dann haben wir 340 Socken. 5 Euro. 5 Euro. 345. Äh, hast du noch was anderes an? Und Hose. Wie viel? Auch 40. 380. Dann hast du noch was anderes? Ja, diese Kette. Kette, wieder 800. 900. Dann haben wir, das war 340, dann 800, oha, wir haben mehr als 1.200. Warte. 800, wir hatten 380, 380, plus 800, 380, plus 800, 1.140, 180, 1.180, heute hat der mehr, 100, 1.180, okay. Jetzt hast du mal wieder gewonnen, gestern, Leute, aber irgendjemand 1.700 oder so an. Das war erst immer noch? Na, ich weiß nicht, egal, aber dann hast du wieder gewonnen. Und dein Insta wieder, etwa, du gehen wieder. Egal, wir sind bei den nächsten, wie heißt du? Keren, wie alt bist du? 13. Okay, wir fragen erst mal, hast du eine Freundin? Nein. Liebst du jemanden? Ja. Kannst du was sagen? Ja. Wie heißt sie, wo du liebst? Als Mauer. Als Mauer. Egal. Egal. Was dein, wie viel ist dein Outfit? Ja. Wie viel hat dein Plower gekostet? 30 Euro. 30 und deine Kette? 100 Euro. Aus Plastik? Nein, die ist echt. 100, 130 und dein Schuh? Meine Schuhe haben 75. 75. 100, 130. Wir haben 205, 205. Und hast du noch was anderes? Unterplower oder so? Nee. Das ist mein Schuh der Mutter. Das hat 5 Euro gekostet. Das ist mein Handy. Okay, dann mach mal Passwort. Ja, ja. Das ist mindestens. Das zeig mal hinten in der Dinghülle. Egal, komm. Warte, komm her. 205, 205. 205, deine Hose. Die hat, glaube ich, 15 Euro oder so gekostet. 220. Dein Kapper, Puma. 30 Euro. 30 Euro. 250 haben wir. Socken oder so. Das ist ein Fake, glaube ich, für 5 Euro von H&M. Also 255. Unterhose. Die ist Fake von Primark oder so. 3 Euro oder so. Ja, Fake von Primark. 263 oder so. 263 oder 53, egal. Also 360, sagen wir. Hast du noch was anderes unter T-Shirt? Nein, Mami, zeig dir das selber noch. Du hast dein... Ja, hast du noch was anderes an, so Uhr? Ähm, Pappe? 3 Euro. Haben ich schon. Das war's. Also haben wir. 260, gell? Okay, dann haben wir 260. Der hat schon mal. Mein Handy, mein Handy. 500 Euro. Wie, was? Was? Äh, Samsung S9. Okay, mit 1000 Euro. Zeig mal. Dann hat der schon mal 2000, dann hat der schon mal 2000, 2000, 200, 2000, 280 hat der. Und meine hat 500 Euro gehaust. Also dann, 700, 760, 760 hat der. Okay, egal. Und dann weiter. Wir vergessen, ja mal. Hast du ein, hast du Insta oder so? TikTok irgendwas? Nein, Insta. Okay, Insta, wie heißt du auf Insta? Ka.reim4734. Okay, wie blendest du dann hier ein? Okay, egal. Mach jetzt Outfit-Wert von den Kameramann. Ja, hello. Sieht mich gar nicht, Spaß. Moin. Was soll ich sagen? Wie alt bist du? Ich bin 12. Hast du eine Freundin? Nein. Wirst du eine? Nein. Wie viel kostet deine Mütze? Ähm, 10 Euro oder so. Deine Jacke? Ähm, Jacke, valla, keine Ahnung. Ich hab das vor, ich glaub, 40, 35 oder so. Wie viel jetzt? 40, okay, 40. Also 50. Okay, 50 sagen wir. Deine Kette? Mein Kette kostet 305, weil ich hab's von Türkei. Das ist natürlich echt, 305 Telle. 350. Ja, das ist also das 40 Euro. 40 Euro. 90, 90. Dein T-Shirt? Mein T-Shirt, das habe ich, valla, ich hab' keine. Keine Ahnung. Nein, nicht von Türkei, valla, ich hab' keine Ahnung. Ungefähr? Ungefähr 20 oder so. Valla. 110, deine Hose? Valla, diese, ich hab' alles, alles so übertreibt nicht. Ich hab' alles zusammengekauft mit alten Hosen, die haben alle, alle, äh, ungefähr 120 Euro gekostet. Also ich hab' alle, aber von vielen, ich hab' ja, das kostet 30 Euro. 30. 140. 140. Dein Schuh? Tschüss. 140. Ich hab' eh schon meine Schuhe, ich hab' schon gemacht, das kostet 110 Euro. Sind wir bei 250? Ich hab' die gibt's. Deine Socken? Deine Socken, Bruder, wie immer, ich glaub' 5 Euro oder so. 250, deine Unterhose? Ha, Ha, Unterhose auch 5. Der hat mich mal, glaub' ich, hat. Ja, hä? Wie viel? 5 Euro. Oder so. Dann sind wir bei 260 Euro. Dein Insta? Ja. Mein Insta Ero 3 Ero 3 Ero Unterstift 307 Und Emre Unterstift 3 6 8 Okay Alle abchecken Tschüss Das war's mit dem Video Und ja Alle Abonnieren Und liken Und Wir haben ja hier noch Ein neues Mikrofon Ja Leute Und ja Und ja Alle Auf Insta folgen kurz Ero Unterstift 307 Und hier noch Musso 308 Unterstift Baro Ed Baro DGN Und Jamalo Unterstift Offiziell Und ja Wir blenden hier Das ist alles ein Und ja Leute Gleich kommt noch ein Video Das bleibt einfach Und ja Und ja Ciao